Digitale Bildung, Bastelrouter und Single Sign-On Hallo und herzlich willkommen zum golem.de Wochenrückblick. Mein Name ist Hauke Giro. Die Politik hat es jetzt auch gemerkt, digitale Bildung an Schulen ist wichtig. Mehr als 1000 Politiker, Wirtschaftsvertreter und Wissenschaftler haben diese Woche beim IT-Gipfel in Saarbrücken über Maßnahmen diskutiert, um digitales Lernen in Deutschland zu verbessern. Das ist auch dringend nötig. Die technische Ausstattung an Schulen ist oft schlecht. Eine neue Studie zeigt allerdings, dass es an Schulen mehr Computer gibt als gedacht. Oft erfahren die Schüler aber nichts davon, weil die Lehrer nicht damit arbeiten können. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Das Parlament darf keinen Einblick in die NSL-Selektorenliste bekommen. Die Opposition ist empört und wirft dem Gericht vor, dass es Geheimdienstkooperationen wichtiger finde als parlamentarische Kontrolle. Im Streaming-Markt tut sich einiges. Im Videobereich gibt WatchEver auf. Ende 2016 ist es aus. Im Musikbereich erweitert Amazon sein Sortiment. Music Unlimited soll es mit 40 Millionen Songs auch mit Spotify aufnehmen. Der in Amazon Prime enthaltene Musikdienst wird fortgeführt. Mit dem Open-Source-Router Touris Omnia haben die Macher reges Interesse bei Bastlern geweckt und eine Million Euro per Crowdfunding eingesammelt. Wir haben uns das Gerät angeschaut. Der Router überzeugt in unserem Test nicht nur durch die potente Hardware mit zwei sehr gut vernetzten WLAN-Modulen. Das Gerät kann ein wenig erweitert werden und die Firmware auf Basis von OpenWRT bietet sehr viele Möglichkeiten, den Router zum Mini-Server für zu Hause auszubauen. Die Firmware sorgt dabei für die nötige Sicherheit. Mit dem relativ hohen Preis von 300 Euro eignet sich der Touris Omnia aber nur bedingt für den Heimgebrauch. Basteln ist also ein Muss. Die Spitzenverdiener bei den IT-Fachkräften kommen einer Studie von Compensation Partners zufolge aus dem Bereich IT-Sicherheit. Mit durchschnittlich 71.000 Euro verdienen sie etwas mehr als IT-Führungskräfte. Nach wenigen Monaten ersetzt OnePlus sein Smartphone 3 durch das neue 3T, das einen besseren Prozessor und einen größeren Akku hat. Ansonsten sind die beiden Geräte nahezu baugleich. Das 3T ist ab 440 Euro zu haben. Eine Milliarde Accounts sind für Hijacking anfällig und das wegen der praktischen Single-Sign-On-Funktion. Das haben Sicherheitsforscher auf der Konferenz Blackhead EU gezeigt. Mit dem Facebook- oder Google-Account bei einer anderen App anmelden. Eine praktische Funktion, oft aber schlampig umgesetzt. Das liegt auch daran, dass es für die Verwendung des Single-Sign-On-Standards keine detaillierten Vorgaben für die Umsetzung auf mobilen Geräten wie Smartphones gibt. Aus diesem Grund vertrauen zahlreiche Apps den vom Server übergebenen Informationen ohne genaue Prüfung und könnten daher von Angreifern missbraucht werden. Hunderte Apps sind verwundbar, darunter nach Angaben der Sicherheitsforscher zahlreiche beliebte Musik- und News-Apps. Das Bundesinnenministerium hat im Jahr 2011 für 27 Millionen Euro Router gekauft und diese nie benutzt. Diese Steuerverschwendung kritisiert der Bundesrechnungshof. Außerdem habe das Ministerium für 26 Millionen Euro zwei Rechenzentren gemietet, die aber seit fünf Jahren weitgehend leer stehen. Ohne lästige Registrierung, nur mit Angabe eines Namens können Nutzer jetzt den Messenger Skype verwenden. Für Chats mit bis zu 300 Teilnehmern oder für Sprach- und Videotelefonate mit bis zu 25 Teilnehmern. Das Einladen der Gesprächsteilnehmer erfolgt über einen Link, den man einfach über soziale Netzwerke oder per Mail verschicken kann. Samsung übernimmt Hamann International Industries für 8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen stellt Audio-, Video- und Autozubehör her. Mit der größten Übernahme der Firmengeschichte will Samsung vor allem im Bereich vernetztes Auto wachsen. In Watch Dogs 2 schickt uns Ubisoft nach San Francisco mitten ins Herz der IT- und Internetwelt. Klingt spannend, aber im Test war uns das Szenario rund um junge Superhacker dann doch viel zu Klischee beladen. Immerhin machen Autofahrten Sammelaufgaben und ein Großteil der eigentlichen Missionen viel Spaß. Das war es auch schon wieder vom Golem.de Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.